und herzlich willkommen zurück zu final doom wollte ich gerade sagen nein zu heretik ja episode 2 map 3 oft gilt's würde ich mal sorgen zu einem level das sich zu nennt server of fire das einfach aussieht wie so gequetschter don ja das ist genau die map oh ich möchte sterben oh nein nicht gut nicht gut scheiße zu viele monster zu viel import zu viel aber viel zu viel import alter was geht denn hier ab und ich habe irgendwie alle gesossen oder so oh mein gott ok wir rennen einfach mal ein bisschen rum hier denn das ding hier das sieht aus wie eine autobahn und so das ist wer einmal diese map gespielt hat hier bleibt dieses ding hier immer im kopf oder ist russland so wer ja geschäftigkeit so jetzt haben wir hoffentlich alle gegner angelockt das heißt aber hier ein verschanzen wartet dass die alle kommen ja komm her ja klar fliegt einfach zu weit wo klar weil ich warum ist noch lange ich will dadurch dass er es erw Для mainly gener Peer gold mor werden wir Ja! Woah! Woah! Alle weg? Was ist das? Mhm. So, diese komischen Kriegeräusche sind jetzt alle weg, das heißt, das waren wahrscheinlich jetzt auch hoffentlich alle. Ähm, ich geh einfach mal kurz hier rein. Auf der anderen Seite können wir eigentlich auch gleich mal reingehen. Achso, Brustung haben wir noch, mehr als genug? So, was geht denn hier ab? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wir sind ja der Sieg zu! Oh Gott! Oh Gott! So, das ist ja der Sieg. Hier ist der Sieg. vor allen dingen die stellen natürlich nicht im laber sind nur wie die schaden so rein zufällig gemacht wird nicht geöffnet aber etwas geöffnet okay das war jetzt mit dem margain ja 6 so ist alles wieder symmetrisch danke dafür wo halt dadurch gerannt hier auch der key den ich nicht mitnehmen kann muss das so sein weil bücken geht ja nicht mehr ich kann man sich mit bücken ja doch mit bücken können ach du scheiße mit bücken kommt man sogar durch ist interessant ja wie gesagt normalerweise nicht mit bücken so sind der blaue gelb ist dann nicht alles gut blau was geld war also wieder durchs laba gebiet hier richtige autobahn und sind wir die schaffung wieder hier gibt es auch gar nicht Oh. Oh. Aua. Oh, Eis. Und schon wieder ein Ei. Oh. Ah, da ist ja noch einer. Boah, Alter. Auf dem Eis so ein Scheißling ausweist, das ist ja hier... Zählt das schon unter Kunst? Oder... Boah, Alter. Ne. Oh. Ich zwiften, Alter. Na gut, dann hören wir mal auf mit dem kindischen Geräuschen und wechseln zu den Erzen-Geräuschen. Tuff, 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 die Eisenbahn werden wir zur Oma fahren. Tuff, 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 tuff. Okay, hier unten liegt auf jeden Fall eine ganze Menge Munition. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, jetzt haben wir, was haben wir jetzt eigentlich? Achso, genau, den Green Key. Das heißt, jetzt können wir unten rein. Was haben wir uns hier erwartet? Ich bin gespannt. So, natürlich, gleich auf die Fresse. Gleich auf die Fresse hier. Okay, also die beiden grünen Türen sind wahrscheinlich wieder miteinander verbunden, weil das sieht mich aus wie so eine Halbkreis-Funktion, würde ich gerade sagen. Die Bilder. Oh. Äh, sieht nicht gesund aus. So. Ah. Was genau hat der Schalt jetzt gemacht? Äh, gut, wir räumen jetzt mal die andere Seite noch ein bisschen auf. Ja, ich mache jetzt hier mit dem gelben Ding. Einfach wollen wir davon hier machen, dass die Munition rumliegen haben. Ja. Ach, die Tropfen auch so eine Dinger. Das weiß ich noch gar nicht. Loll. So, okay, sag ich noch, hier ist die andere grüne Tür. Genau, ist schon ein Halbkreis. Ja, okay. Ist kein Halbkreis, sondern ein Viereck. Aber, ähm, man, man, man erkennt, was das darstellen soll. So, das können wir hier uns schön in die Schießsparten stellen. Und die an erledigen. Na gut, die könntest du hier aber auch erledigen. Ja. Voll die scheiß Dinger fliegen können. Fuck. Na, wer hat den längeren Atem? Wer überlebt länger? Ich glaube, die... Scheiße. Autsch, das war aber gerade ein heftiger Treffer. Hallo? Was hängt's? So, geht's dir noch ein bisschen... Auf der anderen Seite noch ein bisschen Leben. Elixier. Ah. Ah. Aber wir sind gerade gekommen. So. Können wir eh nicht aufheben. Von daher, was soll's. Was wir nicht aufheben können, können wir verwenden. Da bin ich ganz klassisch. Ja. So. Ähm. Jetzt müssen wir irgendwie... Ah. Der Blocky. Stimmt, der hat uns wirklich aufgesammelt. Was hat der Schalter jetzt gemacht? Wenn ich nur immer wüsste, was die Schalter immer machen. Das ist und bleibt ein Rätsel. Hat sich jetzt irgendwas geöffnet, oder so? Oh, da unten ist noch Ballabum. Ich könnte dazu jetzt voll Eurobeat singen, wenn ich den Text auswendig könnte. Das ist leider englisch. Tja, was hat sich da jetzt geöffnet? Ich hab keine Ahnung. Was ist der Karte? Ne, nicht wirklich. Na gut. Da würde ich mal sagen, ähm... Was auch immer der Schalter getan hat, ich hoffe, dass es immer was Gutes ist. Volle Bahn mit Marzipan. Ach du Scheiße. Ey, komm, leck mich. Ey, wisst ihr was? Wir können ja mal... ...mal ein bisschen hier neue Waffen einsetzen. Oh, da gibt's ja gar Munition für. Die Waffe... Ach, die gibt's mal Munition dafür. Die Waffe möchte also benutzt werden. Sie ruft quasi danach. Wow. Was für denn diese Kugel gerade, die ich eingesammelt habe, ist schon wieder... ...nein das Item? Nein, Uhr. Na komm her, Mädel. Der andere hat völlig den Schutz für mich abgehalten. Voll lieb von ihm gewesen. Wie viele Räume gibt's denn hier eigentlich? Soll ich so eine Art Hotel darstellen, oder was? Oh. Also von der roten... Ey, hier gibt's echt haufenweise rote Munition. Ich glaub, die wollen wirklich echt, dass man hier alles mit dieser roten Waffe macht. Die rote Waffe ist vielleicht schon wieder voll. Wenn ich das nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich hab die Waffe gar nicht eingesetzt. Easy. So, jetzt geht's da wahrscheinlich weiter. Mal gucken. Okay, ist alles voll. Dann bleib ich wahrscheinlich erstmal bei der Waffe hier. Ach, das war das Ende. Okay, interessant. So, die Frage ist... Ach, es gibt doch keine Sequels. Ja, dann weiß ich nicht. Dann wissen wir gerne, was diese Schalter geöffnet haben. Aber gut, dann läuft das. Halle, die Weißwee. Ja, die Map 4, die kenne ich sogar noch auch. Hier ist nämlich alles aufs Eis. Aber ja, mit der werden wir uns in der nächsten Folge begnügen, können, dürfen, tun, machen. In dem Sinne, Schaumens.V.